immer bin ich jetzt verschmiert die letzten tage guten morgen meine lieben herzlich willkommen zu einem neuen daily blog von uns wir haben noch nicht wirklich viel gemacht eben also calvino hat homeschooling natürlich und ich habe bis jetzt das video geschnitten und mich um die maus gekümmert genau ich wollte jetzt essen vorbereiten heute gibt es bei uns packfleisch eintopf ich nehme euch mit durch unseren tag es ist jetzt halt ein bisschen anders weil mein cabino hier unten homeschooling macht dann ist hier so ein bisschen klassenraum weil die lehrer dann sprechen die ganze zeit und dann ist das film nicht so praktisch und angenehm deswegen mache ich das meinen pausen sowie jetzt also wir suchen mal unsere zutaten zusammen nebenher muss ich auch ein bisschen aufräumen neben dem kochen hier sieht es ein bisschen chaotisch aus und was jetzt auch ist durchs homeschooling ich kann den staubsaugerroboter nicht so laufen lassen wie ich sonst tun würde weil der natürlich dann auch stört ich habe noch nicht zu ende gefrühstückt dass man sich auch gleich machen so dann brauchen wir für den hackfleisch eintopf noch da creme wege und eine sahne ja ich komme sofort wieder mollen wer schon läuft auch noch nicht so eine sahne genau das soja granulat habe ich halt einmal jetzt aufgekocht und dann durchgespült mit kaltem wasser und dann das wasser so ausgedrückt und das brate ich jetzt alles zusammen an beschlagen beschlagen sorry tomatenmark habe ich damit reingemacht jetzt habe ich jetzt einen schuss wasser dran gemacht dann ein päckchen sahne und das ganze creme vega das lasse ich jetzt aufkochen und dann schmecke ich das einfach mit gewürzen ab das gibt es dann entweder mit kartoffeln oder reis so schule hat wieder angefangen und ich weiß ich werde kommentare bekommen warum Calvin noch nicht oben sein unterricht macht in seinem zimmer ob er das nicht kann oder so doch das kann er natürlich aber ich finde die sind so einsam zurzeit unsere ganzen kinder dass die also hier keine vereine keine hobbys nichts darf man machen und ich bin froh wenn er den unterricht hier unten macht einfach ja einfach nur dass der leute um sich rum hat also uns halt in dem fall und ja ich freue mich einfach ich habe meine kinder gerne um mich und ja ich freue mich wenn er das unten macht sonst habe ich wieder gerechtfertigt mache jetzt eine maschine wäsche noch an und ja dann ist filmpause meine güte moller du wächst und wächst und wächst du wächst und wächst und wächst jetzt ist hier bald schon größe 62 zu klein meine güte wo willst du denn noch hin wachsen ja du bist so groß geworden ja wenn wir größe 68 74 rausholen macht sie auf mich, happy mit dir hat auf mich gezeigt ja so hat sie gemacht ja sie kann es zeigen greifen macht sie oft schon jetzt also was heißt macht sie oft sie versucht dass sie übt das die greift die kann schon richtig fest zupacken ja das stimmt wenn wir jetzt spazieren da freut sich schon jemand wenn wir jetzt spazieren gehen Smurphy hier mit Titan große Runde schau ab willst du nicht mit Smurphy? will ich mit dem Molly alleine gehen? nein nein wir gehen jetzt oh es ist etwas hergestellt wie viel Uhr? ich hab keine Uhr warte ich guck auf dem Handy ach seine Pause zu Ende 11.40 dann gehen wir wenn dein Unterricht anfängt ja ja dann binde ich mir die Molly ein und dann gehen wir los was? oh dann machst du mich an habe ich gesagt ja und dann kommt gleich der Papa und dann können wir essen unseren Hackfleisch Eintopf mit Kartoffeln meine Lieben ich bin jetzt eben nach oben gegangen ich habe es auf Instagram gerade schon erzählt ähm dem Bernd geht es nicht so gut also ich habe auf Instagram gesagt dass ich halt heute keine Storys mehr mache und meine Güte mach ich die Tür dann immer wieder auf ähm warte ich muss da immer was vorschieben unten so irgendwie geht die Tür immer wieder auf also ich habe euch auf Instagram Bescheid gesagt dass Story Pause ist und genau so wird es auch jetzt mit dem Vlog heute nicht mehr weitergehen dem Bernd geht es nicht so gut das fing an der hat mich heute Morgen angerufen als ich hier das Bett bezogen habe das habe ich euch auch auf Instagram gezeigt und ähm ja erstmal hat er mich mehrfach versucht anzurufen ich war draußen spazieren es war so Aprilwetter es hat geregnet und ähm ich habe es nicht mitbekommen es war auf lautlos mein Telefon die Maus war ein bisschen unruhig im Tragetuch nicht eingeschlafen da hat er sich schon Sorgen gemacht und dann hat er endlich haben wir uns dann erreicht als ich hier das Bett bezogen habe und da hat er gesagt ähm er hatte schon heute Vormittag so Kopfschmerzen äh waren zwar stark aber jetzt nicht so schlimm er konnte noch arbeiten und ähm hatte dann eine Tablette genommen und dann hatte er wie so Blitze vor den Augen und ähm er sagte dann er vermutet dass er eine Migräne bekommt oder ja erst war er so weiß man nicht er hatte einmal das so schlimme Migräne so wie er jetzt hat dass er so richtig mit übergeben und nur im dunklen Zimmer liegen deswegen ist er auch unten im Wohnzimmer weil wir da die Rollos haben hier oben haben wir keine Rollos und er liegt einfach nur im dunklen Raum und übergibt sich zwischendurch und ich habe ihm jetzt einen Tee gemacht und so jedenfalls ähm da waren wir noch so am Rätseln was ist ne vielleicht hat er Kopfschmerzen weil wir so viel nachgedacht haben die letzten Tage und geplant haben unsere Auswanderung da waren wir ganz vertieft drin naja das ist ja auch alles zur Zeit nicht so einfach die Gedanken wie geht's weiter mit dem Laden dann und so und ähm ja als er dann aber nach Hause gekommen ist er hatte um 13 Uhr Mittagspause da hat er dann wollten wir eigentlich mit Miss Murphy eine große Runde gehen und dann sind wir auch raus gegangen dann hat er gesagt ne er muss zurück gehen er kann nicht laufen gehen und das ist schon so also normal der läuft immer mit ne und will die Zeit genießen ja und dann habe ich ähm ja gesagt okay dann geh wieder rein ne roh dich aus leg dich hin ich geh eben mit Miss Murphy und komm gleich auch und dann bin ich zum Laden gegangen ähm ja und hab ein Schild reingemacht heute geschlossen zum ersten Mal seitdem wir diesen Laden haben wegen Krankheit geschlossen denn ach so das habe ich noch nicht erzählt als er noch hier zu Hause war zur Mittagspause hatten wir versucht so jemanden zu finden der den Laden übernimmt also was heißt übernimmt der die Nachmittagsschicht macht so und haben keinen gefunden ähm dann haben wir überlegt was wir machen ne dass ich mitgehe mit Livia war erst noch in Gedanken ähm dass er aber trotzdem noch da ist weil da ging es ihm ja noch nicht so schlecht aber das ist ja auch doof ne wenn ich sie dann stille da einige kennen den Laden von uns das ist halt alles Schaufenster ne jeder kann reingucken und das ist dann halt ja wenn sie man weiß nie nachher ist sie unruhig und dann kann man sie dann nirgendwo vernünftig ablegen ja das dafür ist sie noch zu klein wenn sie jetzt vier oder fünf gewesen wäre alle Möglichkeiten ich konnte sie auch nicht hier bei Bernd lassen erstens geht es ihm jetzt zu schlecht er könnte sich gar nicht richtig um sie kümmern und zweitens stille ich sie also das kann er ja nicht übernehmen also ja bin ich zum Ladengang habe ein Schild reingehangen heute geschlossen das war einmal hatten wir erst geschlossen das war als meine Mama beerdigt wurde ansonsten hatten wir noch nie zu er nutzt nichts ne jetzt ist zu ähm ich habe das Geschäftstelefon mitgenommen dass wenn jemand anruft weil wir haben ja eigentlich dieses Click Call Entcollect wie auch immer das heißt die rufen an und ähm können es abholen und ja ich sage denen dann einfach was los ist aber dass Bernd halt nicht ans Telefon geht und das Telefon nicht bei ihm klingelt ja und dann weiß ich auch nicht hoffe ich dass es ihm schnell wieder gut geht er hatte so eine Medikamenten mal bekommen beim beim Arzt so für Migräne ähm die hat er genommen aber dadurch dass er jetzt gebrochen hat ist das wahrscheinlich auch nicht drin geblieben ach Leute ich weiß auch nicht das jetzt das tut mir voll leid ne der liegt da nur und ähm ja leidet und ich kann ihm gar nicht helfen das ist doof jemand weiß nicht ob jemand von euch Migräne hat und das vielleicht nachempfinden kann ich weiß es nicht ähm jetzt ist es 14 Uhr seid auch noch den ganzen Tag vorsichtig ich hoffe er kann viel schlafen das war das letzte mal so als er das hatte da hat er echt viel geschlafen und danach ging es ihm auch schon ein bisschen besser und am nächsten Tag schon sehr viel besser ja okay dann ähm ich wollte euch nur Bescheid sagen ähm ja und nicht einfach gar keinen Vlog machen ist ja auch doof ne weil jetzt halt immer welche kamen nicht dass ihr euch Sorgen macht und auf Instagram habe ich auch nicht gesagt was los ist genau nun Bernd geht es nicht gut und ja jetzt wisst ihr Bescheid ähm ich hoffe morgen geht es ihm wieder gut und morgen kommt wieder ein normaler Vlog ähm ja und die Maus hier schläft jetzt weiß man von gar nichts ne nicht so süß ich habe gerade ein frisches Tragetuch angezogen und habe gegessen das ist auch gut ne wenn ich sie dann abdecke wo ja viele immer schimpfen dann geht das aufs Tuch was drüber ist und nicht so auf das Tragetuch aber ich habe ja zwei ich kann es ja einfach waschen na gut ich danke euch fürs Zuschauen und hoffentlich morgen in alter Frische tschüss